Jetzt müssen die Leute wenigstens aus dem Markt jetzt langsam raus. Mal ganz kurz ein bisschen gucken, ob der einen aus dem Markt ist, den wir sehen. Der Vorstadt werden alle noch in meinen Häusern gammeln. Ja, der muss aber schon... Ja, der muss schon relativ dicht sein, der muss schon bei der Kartbahn hier sein. Aber vielleicht hat er auch die Zeit verschätzt und kommt ein bisschen late. Schuss! Von links! Naja, links oben. Ich sehe den aber nicht. Du denn? Oh! Schießt du? Nee, das war nicht ich, das war von links. Komm mal hierhin. Kommen wir zu mir hin, rechts vor dir an der Mauer hier. Leg dich mal da hin. Hey, der ging auf mich. Oh fuck! Der ging nicht auf dich. Doch, doch. 100% Der Lichtschuss ging auf mich. Ich komme von den doppelstückigen Häusern hier. Jaja, die MK16, aber... Aber Leute, der... Entfied war irgendwo hinter uns, hat er nicht geähtet? Nee, nicht die Lee. Aber ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich mich... Na mal... Das Problem ist, wenn hier keine Bäume werden, würde ich ihn vielleicht sehen, aber... Ne? Ja, meine Settings machen das nicht mit, das geht das nicht. Ich habe wohl Paranoia, ich denke da auch hier steppt die immerhin. Aber die... Die Lee Entwied war zu laut dafür, dass die auf dem Berg da oben ist. War nicht so weit weg, nee. Die war nie hier und nimm mal so... Ja, die läuft auf... äh... Die läuft auf. 210 Grad. Hello, Wall. Wie close? Was ist das? Wie close? Das war ein bisschen weiter links, da kamen die Tracer... Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn gerade nicht mehr, aber... Fuckin' killin' me. MK Dinks schießt MK 60 Schuss für. Ja, ich... Hui! Sehen. Wo ist denn der? Oben im Haus drin. Hat nen Hit. Fass... Alter, das war... Ohne Scheiß, das war ein Schuss in den Kopf. Der Typ läuft da vorne, der hat zwei Hits. Mal mit auf den. Ja, ist down. Alter, wie viel Hits der gefressen hat, man. Boah, Alter... Ich hab beiden fast nen Hit in den Kopf gegeben, die sind nicht gestorben. Wo ist denn in welchen von den Häusern? Äh, von mir aus 312 Grad. Das ist da, wo der Balkon zu uns zeigt. Also, die Tür und das Fenster. Ah, ja, ja, hier ist der Balkon, ja. Der hat einen Hit gefressen. Ja, die Leer entweder ist echt nicht... Das ist recht, ganz recht, oder das? Wie viel Grad? Sag nochmal. 312. Das steht eins links daneben, das so... Ja, ja, fast, ja, ja. Und da, da... Ah, der ist okay. Guck unten raus. Hä? Häh? Loi, was... Was? Okay. WTF? Alter, was war denn das für... One-Click? Hä, warte, wo ist die Zone gehören? Lass mal hier ein bisschen links rummoven, da vorne. Die Kuschel sind, glaub ich, drinne. War das der Typ, ist hier den Enfield links? Hm, bestimmt, der hat einen MX in der Hand, aber ich denk mal, dass der geflitscht haben wird, um uns zu pushen. Der, ich hab dem voll den Schuss in die... der voll gegeben, alter, voll rein. Ja, von mir ist er auch gut gefressen. Ohne Scheiß, auch der beim Haus oben, den hab ich minimal gesehen, hab in den Türrahmen da reingeschossen, ich hab den auch gehittert, der hat gezuckt. Aber die, alter, das war... meiner Meinung nach war das ein sicherer Kopftreffer und die Enfield und Kopftreffer sollte eigentlich ein Kill sein. Und nochmal schnell, ne? Ja, Lee Enfield Headshot ist immer One-Shot, selbst Schreifschüsse. Was ist der denn denn hier für Karmor, alter? Aber du weißt, wie die Hitboxen gerade sind in der Amal? Ja, 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 ja. Ach, der hatte gar keine MX, der hat eine NK-6, da guck auf, dass der Lee-Typ fall ist und das sehen wir nämlich jetzt. Ne, der hat keine Lee, entweder hat die getroppt oder... Ja. Fack auf. Wir haben noch vier Gegner gleich, oder? Oder drei? Äh, drei glaub ich sogar nur noch, ja. Es muss noch was aus der Stadt da rauskommen eigentlich da oben. Davor. Aber die können auch oben rechts rum flankieren, also die können ja... Ja, ja. Die gehen erst in die Häuser da oben rein. Sag mal, wenn du da bist. Äh, ich weiß nicht genau, wo du bist. Ah, ich bin rechts von dir. Okay. Na ja, da bist du. Herzhaft, ich nehme kurz MK-16. Ja, ja, falls ihr hinterlässt, dann auf jeden Fall. Ja, ja, eben. Das ist, da wird einer kommen, das weiß ich jetzt schon. Schau mal, dass du dich nicht so exposed da vielleicht hinstellst, ich geh mal auch hier so ein Busch rein. Nein, ne, ich bleib hier ein bisschen in Bewegung nicht, dass wir dann rauskommen, One-Flick geben. Äh, warte mal, kommt der Drop? Oh, schau mal. Oh, nice, meiner. Na, LMG. Echt? Aber nur ein LMG ist dran. Ihr Lieb, du kannst uns, soll ich dir sonst die MX mitnehmen? Ja, wie du willst. Na ja, ich spiele ja das LMG jetzt. Also auf die M32 spiele ich eh nicht mehr. Noch? Weil das, nee, sonst ist ja Bullshit noch. Okay, warte. Ich hab die dabei, aber wir gucken, ist schon restricted, weißt das? Ne, ich weiß nicht, noch nicht ganz, glaube ich, aber... Okay. Das heißt, hinter uns kann immer noch aus den Büschen einer gefreut. Einer ist auf jeden Fall links oben. Naja, in den Häusern. Warte, kommen wir hier sonst... Ne, 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 hier links, wo du... Achso, wo du grad geschossen wurde, ja, ja. Die Lower. Ich hab jetzt kein Scope auf dem X, ne. Musste dann selber eins drauf tun. Ja, ja. Drop mal, schau mal derweil. Na, er liegt hier. Wenn's so hart drauf gehen dabei. Ja, ist restriktiv. Ja, ist restriktiv. Oh mein Gott. Ich glaub, da kennt einer in dem Haus, ja. Hat zwei Hitze gebeten. Ja, mach du mal. Muss hier kurz ein bisschen. Du weißt schon. Boah, der zwei... Oh, läuft man wo? Ah, von, äh, links von uns. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Nice, nice, nice. Der letzte ist in dem Haus. Auf, äh, Norden. Das letzte. Das du siehst. Auf, ähm, Norden. Fucking hell. Was denn? Ah, ja. Ich bin outside der Playzone. Aber ich hab noch... Hab ich... Ist das ein 3GL? Das ist ein 3GL. Wer kriegt die... Ja, der ist oben. Ich seh den da auch. Weil der absolute Headshot der erste. Guck mal. Kannst du mir erklären, wie das kein Headshot war, das erste? Keine Ahnung. Ja, GG, easy, ne? Ja, boah. Wow, wir hätten ja übel auf den Zug gehen musst. Holy shit, sind das der sich so... Dass der so offensiv spielt dann da oben? Der muss ja selbst aus dem Haus raus. Der kann ja auch nicht drinnen kommen. So, weil ich... 2,9. Der hat halt vorher an dem... Na... An dem Haus hier vorne gekämpft. Der hat halt vorher hier vorne, also in dem Haus dahinter gekämpft direkt. Der hätte die... Ja, schau... Alter. Und dann hab ich halt nur sein Kopf gesehen. Hab ihm zwei jetzt mit dem LMG gegeben, aber... Schau mal ernsthaft, wenn er so... Also dummer... Dümmer kam es aber wirklich nicht mehr spielen. Schau das mal an hier. Pass mal auf. Er ist da oben drin, er müsste hier rauslaufen, er könnte hier... Von sich aus links weg und an die Mauer. Und er kann uns einfach so wegbumsen, wenn wir aufs euer Feld müssten. Hm, naja, na gut, der würde uns nicht wegbumsen, so ein Plepp, aber... Ja, gut, aber... Er hat ja auf jeden Fall eine deutlich bessere Position, in der der Mauer piekt. Kann schießen. Ja, wie er da wieder letzte Low Bob liegt, ne? Der Katibe. Ein paar Gramm. Aber nur die GL. Ja, LMG ist halt OP, Mann. Nellig. Du bist ja noch drin, du bist doch gar nicht mehr drin. Ne, ne, ist ja auch egal, wir haben jetzt zwei Minuten Zeit. Dann haben wir's ausgefeiert. Ja? Auf die... Oh. Wie machen wir das jetzt? Einfach schießen dann, oder was? Ja, würd ich sagen... Warte, wenn die 6 Sekunden nachricht kommen, fangen wir an zu schießen. Oh, das ist Reaktion, wa? Ja, ja. Na gut, keine Ahnung, wir bewegen uns, wer da ist. Nicht Headshot One Shot. Ich überleg grad, ob ich dich niederspray oder ob ich dich wegtappe. Ja, ich weiß schon, ich muss halt gezielt schießen, Alter. Du gibst mir so... du gibst mir einen One-Tap. Ne, warte mal, ich geb dir einen One-Tap, du bekommst das immer. Oh, Feuer, also wenn, dann kassier ich einen Eins. Ich hab doch nicht immer 100 AP, Alter. Kommt mal, die 6. Sekunden nachricht! Ich hab auch noch nicht 100. Oh, fuck it. Ja, das ist natürlich jetzt mega gut. Alter! Noll, das war übel dieses Ding grad. Ich hab dich ja... du hast dich ja einmal getroffen und so... Wie hab ich dir denn gezogen mit dem Schuss? Ja, du hast es... vielleicht 10%, nein, vielleicht 15%. Weg nur! Ja, ja. Alter... Ja, ist halt... Keine Ahnung, mein Scope hatte übel gewackelt. Ich hatte übel in Sway, ist aber auch mal drin... Ich lauf da hin und her. Ich hab dich... ich hab die ganze Zeit auf die Beine geschossen, meine ich. Fieses Aus, schieß auf die Beine, Alter. Aber ich hab halt nicht getroffen und dann hab ich dann schnell deine Arme getroffen oder so. Ich glaub, da wär ich mit Lee Enfield Erfolg... Naja, die braucht ja auch 3 Schuss. Kann ja auch MX-Wid spielen. Ja, keine Ahnung, man. Das ist schon ziemlich broken, das Game manchmal. Ja, also die Hitbox ist immer echt... ...n bisschen hart verbuggt. Also zumindest bei der Lee Enfield ansonsten glaub ich nicht, aber bei der Lee Enfield und CZ ist das ein bisschen crazy. Allgemein schon heftig vorbei. Also auch mit anderen Waffen. Teilweise mit der MX war ja auch 6 Hits oder so. Ey, ja, echt? MX? Ja gut, dann hätt er eher so, dass du keine Chance gehabt.